Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Flair Kolucci, der Vater aller Interviews, meldet sich mit einem neuen Album zurück. Nachdem 2018 Fleezy und die Conor EP released wurden, ist es jetzt an der Zeit für sein 15. Soloalbum. Kolucci beinhaltet 17 Tracks, Features kommen von Farid Bang, Sido, Adel Tawil, Bas-Sultan Hengst und Mosenur. Das Album erscheint über Maskulin und erscheint als CD, als Bundle und auch als Box. Schwaber Ortak, Eva und Adam. Der junge, talentierte Rapper stammt aus dem Herzen von Wien, rappt schon seit 2011 und hat schon mit Haze, Oleg Sash oder auch der 187 Straßenbande zusammengearbeitet. Nach seiner Enter the Dragon EP 2016 ist es nun an der Zeit für sein Debütalbum. Der Titel des Albums ist seinen Eltern gewidmet. Eva und Adam kommt mit 15 Tracks und beinhaltet Features von Amar, Emirates, Pirelli, Maniac und Rav Camora. Das Release kommt über Sony Music und erscheint als CD und auch als Box. Nura Habibi. Nachdem Nura und Juju nicht mehr gemeinsam als Sixten Musik machen, haben die beiden Damen Solo-Karrieren eingeschlagen. Es bleibt abzuwarten, ob Nura als Solo-Künstlerin an der Folge von Sixten anknüpfen kann. Habibi beinhaltet 18 Tracks und Features kommen unter anderem von Trettmann, 8-4 und Remo. Das Album wird über Jinx Music veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Play 69, kugelsicher, jugendlicher. Im Januar 2018 veröffentlichte Play 69 sein Solo-Album Babylon. Der bis dato einzige Künstler von Helal Money Entertainment legt nach gut einem Jahr mit seinem nächsten Album nach. Der Albumtitel ist angelegt an Flair, der sich auch mehrfach als eben solcher bezeichnete. Kugelsicherer Jugendlicher kommt mit 16 Tracks und beinhaltet Features von Farid Bang, Flair, Unique, 18 Karat, Casey Rebel, Summer Jam und Musi Ye. Das Release kommt über Helal Money Entertainment und erscheint als CD und auch als Box. Twizy Snitch Twizy, ehemals als MC Twist bekannt, ist bis jetzt vor allem durch diverse Battle-Turniere wie zum Beispiel das VBT oder auch die Life is Battle Area in Erscheinung getreten. Nachdem mittlerweile alle alten Streitigkeiten mit Saad geklärt sein dürften, hat er bei Attitude Movement eine neue Label-Heimat gefunden. Snitch beinhaltet 15 Tracks, Features kommen von Punch Arroganz, Neo Unleashed und Jay Chiggy. Das Album wird über Attitude Movement veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.